Ja, moin zusammen und willkommen zurück zu Daydream. Es wird Zeit, dass wir uns hier umsehen, nicht wahr? Okay, was gibt es denn hier zu sehen? So, die hat unseren Teddy mitgenommen. Oh, was ist das? Guck mal, der Patient wacht wieder auf. Ich bin sicher, wir sind irgendwie so eine Patientennummer. Irgendwie eine schwere OP oder irgendwie was? Weiß ich nicht. Okay, hier komme ich nicht rum. Das heißt, wir gehen da rein. Okay, das ist cool. Das ist cool. Guck mal, wie schön das hier ist. Gibt es hier irgendwas zu sehen? Was ist das? Bogenschießen? Ich sollte nicht anhalten. Kann ich da irgendwas von mitnehmen? Eigentlich nicht. Okay, okay, okay. Irgendwas hier? Irgendwas? Ich kann nichts untouchen. Okay. Okay, wow. Uh, hier wird gespeichert, warum auch immer. Da komme ich nicht drauf. Jedenfalls noch nicht. Okay, da sollte ich wohl drauf. Ah, scheint mir hier wieder ein Rätselanteil zu sein, ne? Okay, warte mal. Hier komme ich doch hoch, nicht wahr? So. Und hoch und dann vielleicht da hoch? Nee. Da. Ah ja, das hat geklappt. Okay, was kann ich hiermit machen? Nix. Hä? Nix kann ich damit machen? Doch, irgendwas kann ich damit machen, ne? Nee. Scheinbar nichts. Okay, also hin und her. Sehe ich das richtig? Hui. Das hat überhaupt nicht geklappt. Oh, da bin ich tot. Nee, ich bin nicht tot. Ich wollte gerade schon sagen. Okay, aber warte mal. Ich werde auch hier sicherlich irgendwas mitmachen können, oder? Ja. Er toucht das nicht an. Ja. Ja, aber da wir unseren Freund nicht zur Verfügung haben. Ah, guck doch. Irgendwas kann ich damit machen? Ah. Okay. Ah. Das ist cool. Ich finde das so schön gemacht, sehr. Ah. Ah. Kann ich da wirklich nichts mitmachen? Nö. Sieht nicht so aus. So, aber hier drüben komme ich ja jetzt auch noch nicht weiter, ne? Ist das irgendwas? Hm. Nö. Hier komme ich noch nicht weiter. Also, was als nächstes? Da hinten komme ich auch nicht hin. Das heißt, was hättest du jetzt gerne, was ich tue? Hm. Hm. Ah. Voll die heroische Musik. Kann ich dieses andere Dingelchen da runterholen, da abzuppeln? Warte mal, geht das? Ist das eine Option? Nee, scheinbar nicht. Oh, ich kann da auch runterfallen. Das ist bestimmt nicht gut. Hm. Okay. Also, dran touchen kann ich nicht. Losbinden kann ich es auch nicht. Gut. Das scheint nicht der Plan zu sein. Also, was dann? Ähm. Ist es der Plan? Ne? Ja. Man muss auch genau davor stehen, ne? Nimm schon. Take it. Take it. Jetzt hat er es. Okay. 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 Ich kann es drehen, aber kann ich es auch verschieben? Oh, ich kann es gar nicht verschieben. Hm. Ah, das ist blöd. Das ist natürlich doff. Äh. Ist es der Plan, dass ich da hinten rüberkommen soll? Das scheint mir gewagt. Das glaube ich nicht. Ne, es ist schon der Plan, dass ich, äh, dass ich hier hochgehe. Aber die Frage ist, was soll ich denn hier oben? Hm. Da kann ich nichts mit machen. Okay. Okay. Da kann ich scheinbar auch nichts mit machen. Ne, kann ich es reinschieben? Ne. Guck mal, hier hängt... Oh, was ist das denn? Was macht das? Ne, nicht da dran. Nimm es nochmal. Okay. Ist sehr fragil, das Dingelchen. Hallo? Jetzt nimm es. Okay. Da oben hoch. Das war super. Das war super. Das hat gar nichts gebracht. Ah ja. Dann ist es wieder hier. Schön. Okay. Kann ich es da drüben hinbringen? Hm. Was soll ich damit machen? Lässt das die Brücke hier schweben? Oh. Ups. Lässt das die Brücke... Nein, du komm schon. Lässt das die Brücke hier schweben? Oder was ist der Plan? Guck mal. Guck mal da. Ne. Ich dachte hier, dass das da vielleicht dran kommt. Okay. Was macht das Teil? Ich weiß es nicht. Irgendwofür? Oder muss das hier rein? Kann das... Kann das das sein? Warte mal. Warte mal. Dann nimm es mal mit. Ja. Jetzt nimm es. Okay. Ah. So. Toll. Komm her. Ich muss exakt an dem richtigen Punkt stehen. Sonst wird das nichts. Ah, dafür war das gedacht. Okay. Okay. Uh. Wow. Okay. Voll schön. Hm. Da müsste ich mir aber einen Weg da hinten rüber suchen. Au. Hier gibt es keinen Weg. Ach doch, es gibt einen Weg. Natürlich gibt es einen Weg. Nimm nochmal den Haken. Und dann... Vielleicht drehen wir jetzt wieder so rum, ne? Ah. Obwohl, das andere Ende scheint mir... Ne, ne, ne. Ich nehm es mal so rum. Das andere Ende scheint mir da näher dran. Wenn ich da dann noch... Ja, okay. Wenn ich da dann noch draufkomme, ne? So. Könnte knapp werden, ne? Nee, das war aber nicht so gut. Ganz richtig. Ui. Ui. Okay. Warte so. Jetzt... Upp. Nein. Okay. Das war es nicht. Na schön. Da oben drauf. Oh, warte mal. Komme ich hier da oben drauf? Ja, ein bisschen höher komme ich, aber nicht hoch genug. Schade. Schade. Komm, du stehst schon davor. Also gut. Dann machen wir das dann doch mal so, ne? Oh, halt. Komme ich vielleicht von da unten. Lieber nichts riskieren. So. Das müsste funktionieren. Hoffe ich. Und hüpp. Ja, das war schon mal super. Okay. Okay. Das hat schon mal geklappt. Und jetzt vielleicht mit ein bisschen Anlauf. Hui. Das hat funktioniert. Klasse. Okay. Okay. Cool. Cool. Cooles Setting hier. Wow. Voll gut. Okay. Guck mal. Das ist wieder so ein Ding. Wofür kann ich das wohl verwenden? Na, da kriege ich aber zumindest noch keines heraus. Hier hinten? Irgendwas dahinter? Ja. Nee, er lässt mich nicht dahinter. Na gut. Hm. Eisenbahnschienen. Oh. Wo sind wir hier? Hm. Oh, da ist ja... Oh. Ihr sucht dir dein eigenes Spielzeug. Mann. Mhm. Oh. Hm. Oh. Oh. Huh. What? Sie läuft weg. Oh. Was ist jetzt? Teddy. Teddy gibt's. Äh, äh. Was, nein. Was meint Teddy damit? Oh, sie hat einen Plan. Es ist doch nur sie, ne? Ja, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass sie... Wir sollen da hin. Hm, zum Leuchtturm. Okay. Teddy, geht's dir gut? Teddy? Ich will mich hier erstmal gerne umsehen, wenn das geht. Das geht nicht. Okay, hier können wir nichts machen. Hi. Moin. Oh, wie schön. Wie liebevoll das hier gemacht ist, ne? So, die Frage ist nur, was mache ich denn jetzt? Einfach weiterlaufen oder... Ja, sie kommt jetzt mit. Ach, sie ist jetzt meine Gefährtin. Oh, guck mal. Schwä, ne? Das sieht doch aus wie was für uns, oder? Das ist doch garantiert was für uns. Ja, das ist was für uns. Ah. Voll schön. Warte mal, entschuldige, bitte. Ich muss hier auch noch rechts und links gucken. Da lässt er mich aber nicht ran. Nein? Okay. Hm. Luftballons und dieses Dingelchen. Lass mich raten, wir sollen da oben hochkommen. Könne ich hier irgendwas machen? Nee, ich kann mit denen nichts machen. Naja, gut. Naja. So. Da möchtest... Oh. Da möchtest du, dass ich rübergehe? Echt jetzt? Okay, ich komme hoch, aber nicht so hoch. Ähm. Hm. Gibt es hier oben irgendwas zu sehen? Möchtest du hier oben? Möglicherweise nicht. Oh doch, ein bisschen schon. Wir können uns mal einen Überblick verschaffen. Ist das schön. Wir fliegen die Insel. Na, siehste. Du bist sauer. So was habe ich mal im Planet Coaster gebaut. Okay, ich riskiere es mal und springe da hoch, ja? Das hat ganz fantastisch funktioniert. Au. Oh Mann, ey. Oh, okay. Wo sind wir? Ah, da sind wir. Okay. So, offensichtlich muss ich... Na? Okay, das war... Ja, das war blöd. Äh. Ja, okay. Okay, okay. So, hier. Nee, warte mal. Ich nehme mal an. Ich muss von dort aus starten. Weiß ich nicht. Höh. Okay, ich komme da nicht hoch. Das ist das. Das ist die Ansage, ja? Gut, vielleicht ist es auch ganz gut. Hm. Guck mal, es sieht doch irgendwie so aus, als würden wir da Zielübungen veranstalten müssen. Ich gucke mich nochmal hier vorne um, ja? Hey, komm. Warte mal, gibt es hier eigentlich... Nee, da komme ich wirklich und ernsthaft nicht rein. Na gut. Gut. Okay. Ich schaue mich mal hier vorne um. Vielleicht bekomme ich daher Fein und Bogen. Oh, ich komme hier nicht mehr raus. Doch, ich komme hier raus. Ähm. Bam, 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 bam. Ähm, so. Hier ist aber... Hier ist aber... Nee. Das ist ja schade. Nee. Das ist unsere einzige Option. Okay. Hatte sie nicht... Sie hat doch Fein und Bogen. Moment, vielleicht muss ich das von hier vorne mitnehmen. Sie hat doch Fein und Bogen. Sie hat schließlich mit dem Ding auf mich geschossen. Okay. Wo mag sie das wohl abgelegt haben? Hm. Das warte hier vorne. Das da? Nee, das ist nur... Das ist nur das Ding. Okay. Was... Kriege ich hier irgendwas raus? Scheinbar nicht. Nein. Okay. Hey, wo hast du... Du hast... Hast du den da in der... Du hast den in der Hand. Ja, dann schieß mal da drauf. Ach, warte. Ah, ich habe es begriffen. Das ist ähnlich wie beim Teddy, dass wir sie wieder befühligen müssen, ne? Kommt mir falsch vor, das bei ihr zu tun. Aber okay. Das wird es sein, ne? Das hatte ich anfangs beim... Beim Teddy auch nicht so ganz begriffen. Da ist sie ja. So. Und jetzt? Ja, genau. Zack. Ah, das macht sie tatsächlich. Ach, cool. Ach, cool. Oh. Ähm. Könntest du nochmal? Schieß bitte nochmal. Das sieht besser aus. Jawohl. Vielen Dank. Okay. So. Das sieht gut aus. Jawohl. Okay. Das hat geklappt. Okay. Der kommt auch ohne. Okay. Wie. Diese rohe Musik hatte ich dir nicht ausgestellt. Hier ist wieder so ein... Ja. Zum Mitnehmen. Ah ja. Ich sehe schon, worauf es denn ausläuft. Hey, Kleines. Hallo. Mausi. Komm mal wacker bei mich. Bye. Ah, da ist sie ja. Okay. Hör mal. Da kann sie auch was rauszüppeln. Tatsächlich. Wow. Du bist cool. Wenn ich das bemerken darf. Zack. Okay. So. Ich brauche dich aber nochmal, bitte. Nee. Oder brauche ich dich nicht? Okay. So rum nicht. Ich denke, ich brauche sie dazu. Kann ich dich irgendwie dazu überreden? Nee. Achso. Entschuldige. Entschuldige. Ja, das war falsch. Okay. Okay. Kann ich dich irgendwie dazu überreden, ihr mitzumachen? Nee. Doch. Ach, sie macht damit. Okay. Gut. Die bewegen kaum die Füße. Ist das richtig so? So, das muss reichen. Okay. Ich hoffe, das bleibt oben. Das bleibt oben. Cool. Was ist jetzt? Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wieso kommt mir das so vor, als sei das hier eine... Oh oh. Oh, wir treiben ja... Was? Oh, ich hätte vorher abspringen müssen. Ja, ist ja gut. Okay. So, komm mal mit. Oh, sie hat kurz ihre... Oh, warte. Warte, 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 warte. Es gibt nur einen kurzen Augenblick. Wie. Okay, das hat geklappt. So. Und jetzt? Da ist eine Leiter. Okay, sehr gut. Hau den Lukas. Hat so eine Zirkusatmosphäre, ne? Kann ich hiermit irgendwas machen? Ja, den kann ich verschieben. Ich weiß noch nicht, wozu. Okay. Hm. Hat ja nicht lange gehalten. Ach, warte, doch. Hier, guck mal. Da. So, du bleibst jetzt mal da. Und dann hätte ich gerne, dass du da hinschießt. Hier. Krass. Getsching. Okay. Inwiefern hat das jetzt geholfen? Äh. Das hat gar nicht geholfen, ne? Äh. Es hätte mich nach oben bringen können, aber. So. Okay. Also. So. Und dann möchte ich, dass du da hinschießt. Und ich muss nur ganz schnell hier sein. Juhu. Nein. Nein. Das war so schön. Äh. Äh. Genau. So. Also. Aber wir wissen ja jetzt, was zu tun ist. Insofern. Alles cool. So. Und jetzt du da oben hin. Und ich da drüben hin. Und. Okay. Das hat geklappt. Was ist jetzt hier? Da gibt es einen. Äh. Bringt das irgendwas? Na. Ein bisschen schon. Oh. So. Könntest du mal. Da gibt es zwei Ziele. Okay. Das ist schon mal gut. Hopp. Okay. So. Und jetzt. Schieß mal bitte dort oben hin. Äh. Oh. Das sieht nicht gut aus. Hopp. Oh. Das war nicht gut. Alter. Ich nehme auch jeden Toten mit, ne? Na. Meine Güte. So. Also. Erstmal den da unten, bitte. Das ist super. Äh. Hüpf. Okay. Und dann nimm mal bitte den da oben. Der bleibt doch stehen, oder? Ich sollte einfach die Gild aufbringen, zu warten, bis er da ist. Okay. Äh. Und jetzt. Ja. Okay. Aber was nun? Kann ich schwingen? Ich kann schwingen. Das bringt gar nichts. Okay. Nimm mal den. Noch mal den da oben. Danke. Ich hätte jetzt schon abspringen sollen, ne? Nein. Okay. Cool. Hier geht's aber auch nicht weiter. Ich muss da oben abspringen, ne? Ach. Okay. Interessant. Halt. Nein. Ist gar nicht wahr. Guck mal. Ah. Okay. Okay. Ja. Ich hab's eben erst gesehen. Sorry. Na. Da oben. Ja. Das war super. Den da oben, bitte. Da kommt sie gar nicht ran. Nein. Warte. Ja. Kommt sie hier? Sie kommt nicht da dran. Okay. Also ich muss tatsächlich... Ne. Das glaube ich nicht. Guck mal. Da hinten ist doch noch so eine Plattform. An die sie aber jetzt nicht rankommt. Da kann ich nicht drauf... Darauf dran schießen. Also ist hier irgendwas anderes gemeint. Ich glaube aber kaum. Hm. Ich probier's nochmal mit dem da unten. Aber das Ding wird ja nur von einer Seite zur anderen gehen. Ja. So. Und wenn ich jetzt hier hochwandere, dann bin ich zwar näher an dem da dran. Aber ich kann den da unten nicht auswählen. So. Also ich kann munter hier hin und her springen. Aber ich glaube kaum, dass wir zurück auf den Hauptweg kommen, oder? Ne. Auf den Hauptweg kommen wir nicht. Hm. Das ist ärgerlich. Hm. Aber wie soll das dann funktionieren? Das ist das. Und du. Danke. Guck mal. Da oben ist doch ein Leiter. Oh, vielleicht muss ich auf die Leiter drauf. Ist das ein Ding? Äh. Ui. Daneben. Uah. Mann. Gut. So. Hier drauf. Cool. Soweit. Okay. Okay. Üpf. Wieso springe ich da immer daneben? Ich glaube es ja nicht. Ähm. Und denn? Hüpf. 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 Okay. Toll. Okay. Und? Äh. Ich wollte schon grad losplärren. Nochmal gestorben. Hahaha. Mit Luftballons. Hopp. Jawoll. Das hat geklappt. Vorsicht. Rötze. Ah. Hier wird freundlicherweise gespeichert. Ähm. Hätte ich da drüben draufklässern müssen? Nee, ne? Okay. Jetzt kommt sie auch da unten dran. Das ist ja ein Ding. Oh. Das hält aber nicht für lange. Okay. Timing und so. Oh. Oh. Nochmal speichern. Sehr freundlich. Das scheint ein schwieriger Punkt zu sein. Da kann sie dran schießen. Oh. Jetzt kommt sie aber auch nicht weiter. So. Oh oh. Das wird komisch. Okay. Hat funktioniert. Das war kein Speicherpunkt wertfrechert. Doch. Da ist der Speicherpunkt. Äh. Oh nein. Ach. Ich bin zu blöd. War gut, dass da der Speicherpunkt gerade war. Oh. Ich dachte doch tatsächlich für einen Augenblick. Ah. Schade. Nee. Warte. Hä? Moment. Sie hat es bis hierher geschafft. Oh. Ich kann hier dran rumschieben. So. Komme ich dann da oben auch drauf. Was macht der da? Okay. Dann fliegt er da rüber. Okay. Äh. Okay. Aber komme ich nicht sowieso von hier aus da oben drauf? Nee. Komme ich nämlich nicht. Aha. Okay. Okay. Das heißt, ich muss also... Hm. Wow. Cool. Voll klasse. Okay. Ey. Hallo. Das heißt also... Ich schiebe den erstmal dahin. So. Bringe... Du müsstest bitte mal da rüber gehen. Ich schiebe dich vorsichtshalber nochmal ein bisschen beiseite. So. Und jetzt... da dran. Da dran. Das war zu knapp. Ist das... Aber ist das so... Oh. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Hilfe. Hilfe. Ich komme hier nicht mehr weg. Oh. Okay. Schieß mal bitte nochmal drauf. Das geht gar nicht. Oh. Verdammt. Oh. Ich komme hier nicht mehr raus. Kann ich mich ducken? Ah. So geht das. Okay. So. Mhm. Kann sie da irgendwo dran schießen? Nee. Und hier... Ah. So bin ich da hingekommen. Okay. Muss ich da drüben noch was machen? Nee. Da sind wir doch hergekommen. Also ist das doch gar nicht nötig, ne? Höh. Okay. Äh. Oh. Ich verstehe wie es funktioniert. Ah. Okay. So. Das heißt... Hüpp. Nein. Was machst du denn? Das hat nicht geklappt. Mhm. Okay. Da hat es geklappt. So. Ich muss jetzt hier drauf gehen. Damit der ein bisschen nach oben geht. Und dann hier... Ja. Hat funktioniert. Ah. Ahaha. So. Nochmal so eine Nummer. Na toll. Okay. Okay. Und... Ups. Ups. Ui. 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 Oh je. Das sieht nach einer Rutschpartie aus, ne? Kann das sein? Ui. Ui. Ah. Was ist da? Ach guck mal die Laterne. Finde ich voll... Ah. Wow. Den haben wir schon mal gesehen. Wow. Oh nein. Er macht die Insel kaputt. Wow. Oh. Oh. Oh, wie cool. Wow. Oh. Oh. Die schöne... Dings. Ähm. Kapelle. Turm. Irgendwas. So. Ja. Äh. Okay. Risiko. Wow. Okay. Kannst du nochmal da drauf... Denken sie bitte? Das war zu früh, ne? Ja. Das war zu früh. Oh. Wie schade. Tch. Okay. Probieren wir es nochmal. Na? Ui. Okay. Auf geht's. Puh. Mal gut, dass wir hier die Zeit verlangsamen können, ne? Warum erscheint ja der Pfeil nicht? Bitte gib mir den Pfeil. Jetzt. Okay. Das hat geklappt. Und direkt nochmal den Pfeil, bitte. Okay. Hat auch funktioniert. Gut. So. Hier komme ich nicht drüber, ne? Äh. 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 Und jetzt. Äh. Okay. Puh. Könntest du nochmal schießen, bitte? Ja. Das hier. Äh. Gut. Ich habe es gesehen. Und hier drauf. Ja. Uh. Das ist jetzt eine Zwischensequenz. Oh nein. Der Turm. Eben haben wir ihn doch gesehen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wir schweben dahin. Aber wir schweben in ihrer Nähe. Das ist ja schon mal was. Oh. Ui. Okay. Oh wow. Pfff. Uuuh. Ah. Gut. Danke. Oh. Oh. Ziemlich hoch. Der Ast bricht ab. Oh. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Oh nein. Oh. 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 Okay. Das ist nicht mal Timing. Ach du liebe Zeit. Okay. Wir können uns jetzt auf dem Vieh umsehen. Na schön. Gut. Das machen wir auch. Aber Leute. Das machen wir erst beim nächsten Mal. Vielen vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis gleich. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020